So ähnlich habe ich mich gefragt, wie toll die Vorstände von Daimler waren, die im Prinzip Millionen Gehälter haben. Da kommt ein Amerikaner und sagt, ich habe eine tolle Firma für dich, namens Kreisler. Wenn der mir das gesagt hätte, dann hätte ich ihm ganz simpel mit meinem Volksschuldenken gesagt, ganz simpel, ich hätte ihn mit großen Augen angeguckt und er hätte gesagt, ein toller Amerikaner. Sagen Sie mal, wenn Sie eine tolle Firma haben und mir die als so lukrativ anbieten, warum behalten Sie sie eigentlich nicht, wenn sie so toll ist?